Meine Damen und Herren, meinen nächsten Gast kennen Sie sicher, wenn wir die Damen einmal ganz genau anschauen. Wenn wir mit der Kamera herfahren. Es ist Susanne Speich, die neue Klatschstante von Zürich. Wie stehen Sie zum Namen, Klatschstante von Zürich? Ja, ich mag jetzt schon 23 Jahre im Flissmus. Ich war eigentlich in dieser Zeit schon ziemlich alles. Kolumnistin und rasende Reporterin und Reiterin der Redaktion und Buchautorin und Chefredakte. Warum nicht einmal Klatschstante? Aber gerne, haben Sie es jeder gesagt? Ja, nein, es ist natürlich schon ein bisschen despektierlich, das ist klar. Susanne Speich, wie sind Sie überhaupt zu dieser Art von Journalismus gekommen? Es ist ein ganz spezieller Journalismus. Sie schreibt über Leute, Kolumnistin. Und vielleicht einmal in diesem kurzen Setz, wie der Weg war. Ja, also dazu kam ich ganz einfach, indem ich den Chefredakteur gefragt habe. Und da habe ich gefunden, ja, das wäre vielleicht für ein paar Jahre mal eine glatte Alternative, zum reinen Redaktoren-Bürojob, den ich mache. Und der Grund, den ich mir eigentlich zugesagt habe, ist schon, ich kann eigentlich all das, was ich jetzt in den letzten 20 Jahren gelehrt und gemacht habe, anwenden. Also man muss vom rasenden Reporter vielleicht sehr rasch auf Leute zugehen. Man muss Nassen haben, was könnte etwas sein, eine Geschichte sein. Auf der anderen Seite vom reinen Bulljob her, man muss seriös recherchieren. Es macht eigentlich Spass so, auch zwölf Ziele freissig zu machen. Und das mache ich ganz gerne. Jetzt ist ja das so, sicher braucht es relativ viel Zeit, dann die Anlässe oder die Personen, über die Sie schreiben, in der Klatsch, ich sage jetzt nochmal in der Klatschspalte der Zürichrufe. Die Anlässe finden ja immer so statt. Schlafen Sie dann am Tag? Nein, gar nicht. Ich habe es total geregelt, das Leben. Ich muss jeden Morgenpunkt 20 um 8 Uhr meine Kinder auf den Schulbus bringen. Ich muss also am 7.01 Uhr aufstehen und die Familie zum Morgen machen. Ich muss also sagen, dass ich nicht unbedingt, wenn Sie es jetzt die paar Mal oder die acht oder zehn Mal, was bis jetzt erschienen ist, gelesen haben, dass ich nicht unbedingt nur über Anlässe berichte. Sondern was ich will bringen, ist eigentlich, meine Kolumne heisst ja Notizen zu Namen, das sind Geschichten über Menschen. Und einen kleinen Teil davon, von solchen Geschichten, findet man an Anlässe. Also 80% meiner Arbeit mache ich am Boot. Wie haben Sie dort an sich? Haben Sie gute Informanten, die Sie auch über diese Personen informieren? Oder machen Sie das selber? Ja, ich komme natürlich, sagen wir schon Tipps darüber. Ich habe aber vielleicht auch selber Ideen. Und in jedem Fall rede ich also mit den Leuten selber. Ich habe also ganz sicher nicht Informationen, die mich drei Personen, ausser zwei von drei Leuten zweifelsfrei bestätigen, dass das so gesagt oder gewesen ist, veröffentlichen. Und mache also ergo sehr, sehr viel mit dem Telefon. Das ist schon mein wichtigstes Hilfsmittel. Ich halte nicht so schaurig viel davon, Journalismus mit einem Champagnerglas in der Hand zu betreiben. Weil zum Schreiben braucht man zwei Hände. Und wenn Leute merken, dass ich das Interview, wenn ich sie jetzt frage und schreibe pausenlos, dann nehmen sie sich wahnsinnig in Acht, was sie sagen. Hingegen, wenn ich jemanden am Telefon habe, dann schreibe ich wörtlich in meinem Computer alles mit. Und die Person gehört, es geht klappern und nichts. Und denkt, sie plaudere einfach mit mir. Und ich halte sehr viel davon, Leute wörtlich zu zitieren. Das haben sie vielleicht schon gelesen. Ich sage nicht, er sagt, dass er denkt. Sondern ich sage, der Herr Stripmatter sagt Anführungszeichen das und das. Also ich schreibe wörtlich mit, was mir die Leute sagen. Gibt Ihnen diese Distanz zu den Leuten, die Sie schreiben? Oder wenn Sie jemanden in die Pfanne hauen und Sie haben einen am Telefon gehabt, dann haben Sie eine gewisse Distanz. Machen Sie das auch per Telefon? Oder haben Sie das Gefühl, wenn Sie dann jemandem gegenüber sitzen? Weil man ja doch, es sind alles nur Menschen. Und man fängt den Menschen vielleicht auch an zu verstehen. Nein, also das glaube ich überhaupt nicht. Weil die Leute, das was ich schreibe, das frage ich auch die Betroffenen immer selber. Also die Leute merken ganz genau, wenn ich mit ihnen telefoniere, wenn ich zum Direktionspräsidenten oder Waltungsratspräsident von der Winterthur-Versicherung sage, haben Sie einen Make-up, 4 Millionen zahlt. Dann weiss der ja ganz genau, wo ich mit meinen Fragen sprechen will. Und er weiss auch, dass ich darüber schreiben würde. Und nicht, wo er jetzt den letzten Samstagabend verbracht hat. Also die Leute sind sich sicher, wenn man das Telefon aufhängt, voll bewusst, was jetzt da wird erscheinen. Und ich tue ganz wichtige Sätze immer nochmal wiederholen. Nimm es auch auf die Tonband auf. Ich sage ihnen also, darf ich sie so zitieren? Sie haben gesagt, das ist eigentlich ziemlich klar. Und was die Pfannenhauen anbetrifft, ich gehe natürlich nicht an Leute her und denke, das ist jetzt ein Blödes oder so. Dem würde ich mal eines auswischen. Sondern ich bin vielleicht an einem Anlass und sehe jemanden und rede mit dem und denke, das ist ja unmöglich, wie der sich benimmt. Und dann frage ich drei, vier Sachen, ist das mit dem immer so? Und dann, wenn die sagen, ja ja, das weiss ja jeder, man sollte es ihm einmal sagen, dann denke ich, warum kann nicht ich dem das einmal sagen? Was fühlen Sie denn persönlich, wenn Sie jetzt über jemanden negativ schreiben? Haben Sie da persönlich, ich sage jetzt, Lustgefühle darüber? Stellen Sie das auf? Nein, also was mich sehr aufstellt, ist, wenn ich etwas herausfinde, das ich nicht herausfinden darf. Das ist natürlich das geheime Lustgewinn von jedem Reporter. Und Schnüffler, wenn man etwas, das absolut geheim bleibt, und es sollte unter den Tisch gewischt werden, wenn man das dann doch absolut hart machen kann. Das andere würde ich eigentlich schon verneinen. Ich halte auch nicht sehr viel davon, Leute in die Pfanne zu hauen. Sagen wir, gerade in Bereichen, die allgemein bekannt ist. Wenn jetzt einfach bekannt ist, der sowieso leidet unter seinen Glatzen, dann sehe ich also gar keinen grossen Nutzen der Öffentlichkeit, den Lesern gegenüber, wenn ich wieder schreibe, den glatzen Kopf sowieso. Was ich eigentlich lieber mache, ist bei Leuten, die von sich so ein absolut perfektes Fehler für uns, ein Bild vermitteln wollen, dort am Lackgogen kratzen. Ja, und das ist ja meistens dann auch gesund. Und wenn Sie das schreiben, haben Sie eine Ahnung, wer Ihre Leserschaft ist? Ja, also ich gehe fest davon aus, dass... Welche Kamera ist es eigentlich für Sie? Dass Zürichwoche 353'000 Leser hat und nicht 500 Leser. Sind denn Ihre Leserschaften nur vom Zürichwerk oder schreiben Sie auch für jedermann, also für Leute wie du und ich? Eben nein, gerade nicht. Also, mein Bemühen ist sehr stark für die ganze Leserschaft, also für 350'000 Leute und nicht für 500 Leute, nicht für eine Elite zu schreiben. Und so gehe ich also auch davon aus, dass der überwiegenden Mehrheit unserer Leser sicher, Jörg Schmeider, Ruedi Walter und so weiter, viel, viel näher stehen als Persönlichkeiten, als irgendeine Dame vom Zürichberg. Ich finde es auch nützlicher, eher über solche Leute zu berichten. Ich möchte eigentlich lieber über Leute berichten, die etwas geleistet haben oder leistet tun oder auch etwas verbrochen haben, was weiss ich, als über Leute, die einzig dank angeborenen Namen oder angeheiratetem Namen oder angeheiratetem Gelb jemand sind. Haben Sie auch Reaktionen von Lesern, zum Beispiel, wenn jemand unzufrieden ist? Man ist immer gespannt am Mittwoch oder am Donnerstag, wenn man die Zürichwoche rüberkommt. Das ist ja, glaube ich, nach der Kontaktanzeigeseite die zweitgelesenste Seite dieser Zeit. Nein, das stimmt nicht. Das ist die zweitgelesenste Seite nach der Titelseite. Okay, einverstanden. Haben Sie denn da schon Reaktionen, wenn Sie zum Beispiel etwas schreiben, wo jemand nicht einverstanden ist? Haben Sie da schon Reaktionen bekommen? Ja, ja, sicher. Also zum Beispiel, Herr Hayek ist so ein Fall. Das ist eben einer, den ich hier etwas am Lack gekratzt habe. Von diesem Mann wird seit Jahr und Tag, seit zehn Jahren in der ganzen Schweizer Presse ein absolut perfektes, makelloses, fast manikuriertes Bild vermittelt. Und ich habe mir dann erlaubt, dass er sich absolut unmöglich anzieht. Also Schuhe mit hohen Absätzen und Offenungshemden bis am Bauch und Silberkettchen auf beharrter Brust. Und da tun sich dann Abgründe auch über die Persönlichkeit von so jemandem auf, wenn man dann da die Reaktionen erfährt. Er hat sich bei mir persönlich nicht gemeldet, sondern er ist also daran, Sanktionen zu ergreifen gegen die Leute, die er meint, sie waren meine Informantik. Er hat bis jetzt allerdings die Verkehrten verfolgt.